Du musst dich qualen, sagt Alvi. Oh mein Gott, wenn Alvi das sagt, Shad. Let's go! Ich bin einfach der beste, schlechteste Spieler in Fortnite! Am Sonntag gingen endlich mal wieder die Solo-Victory-Cash-Cups los. Und ich hab natürlich direkt mitgemacht und habe es geschafft, mich endlich einmal zu qualen. Wie es gelaufen ist und wie ich am Ende auch die Finals gespielt habe, erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Ich an meinem Fuß, Bruder! Wink mal! Wenn ihr auch gerne mal live dabei sein wollt, dann checkt auch gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Das ist nämlich mein Twitch-Kanal. Aber jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfahrt! Okay, boys. Runde 1. Wir gehen rein. Mal gucken, wie der Cash-Cup zu wird. Ich werde versuchen, in diesem Cash-Cup mal auf Late-Game zu spielen. Bucky, du musst mich jetzt dazu zwingen, dass ich auf Late-Game spiele, okay? Zwing mich. Sag Nein zu W-Kin. Wir sagen Nein. Okay, weil der Stein kriegt direkt schon mal 100 Steine. Kann ich schon mal wenigstens ein bisschen bilden. Okay. Okay. Hm? Okay. Oh, hier ist ein Zapps. Hier ist noch einer drin. Oh? Ja, hier sind zwei. Scheiße, das ist die Merke. Versuch abzauern einfach, ne, wenn du kannst. Chill dich aber erst. Oh mein Gott! Ich habe nicht gesehen, wie er es nicht hochgebaut hat. Digga, also die Drum ist ja absolut Dog-Shit. Du musst dich quallen, sagt Ivy. Oh mein Gott, wenn Ivy das sagt, Chad. Okay. Mein Gehirn funktioniert wieder nicht, Chad. Mein Gehirn ist wieder bloß auf halber Leistung. Oh mein Gott. Warte kurz. Oh mein Gott! Ja! Ja! Wo ist der andere hin? Oh, da ist er. Hey, Omi! Okay, die sind alle so Dog. Holy Shit! Matchmaking ist gut. Let's go! Ey, yo, what the fuck! Oh! Oh, er ist der beste. Wieso sagst du, ich soll ihn fighten? Du bist mein Coach. Ich habe gesagt, ich... Hä? Ich habe gesagt, hau ab! Nein! Geh nicht hin! Hallo! Nein! Du besagst, du bist mein Coach! Zone, Bruder! Ey, Bruder! Du! Lass mich! Guck, weil du geschossen hast. Ich habe gesagt, nein! Ey! Oh, da ist einer! What? Ich Da muss die Engie gesäche in�cehen. Passchau. Ja. Wo? Check! Dead! 99 White? What? Oh, noch einer! Wo kommt er her? Ich kann, krieg nicht, kriegst du nicht. Ich zieh durch, Bruder. Er ist cracked. Er ist kacke. Okay, den geh ich pushen. Er hat Saft drin. Nein! Er hat ein Saft drin! Und er hat die mythische! Er war so schlecht, ne? Oh, ich breche. Oh nein, lass mich. Junge, ich geh auf. Komm, wer da bleibt, jetzt auch. Du schießt nicht? Doch, er spawn. Oh mein Gott, ja. Ich denke, er ist krank. Er ist da, Bruder. Ja. Wo ist es zu lang? Was ist besser als? 60 Volt. Äh, 30 Volt. Ich hab mich dumm. Ich hieb mich. Ich bin der Wahre. Tigger. Oh mein Gott, die lebt ja noch. Irgendwann ich das jetzt propel. Nein! Oh mein Gott, Digga! Ich bin so kacke. Ich will nicht halten, oder? Ja, der Beste. Ich bin High Ground. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ja, ich bin schon oben. Oh, oben ist einer! Geht doch nicht mehr hoch. Ja, ist okay. Bremden ist einer. Pst. Kannst du heilt, kannst du heilt. Komm mal. Hier rüber. Alles gut, die sind eh alle. Nicht, eh bloß zwei Meter hoch. Keine Atmats noch. Let's go! Let's go! Oh! Pump gedroppt. Scheiße. Oh mein Gott, eine Pump gedroppt. Ich hab meine Pump gedroppt! Schlecht. Scheiße, ich hab meine Pump gedroppt. Egal, Chat. War gut gespielt, Chat. Schlecht. ان SSD Go! Hahaha. 40? Jaaa. Ja Ja natürlich, Digga, das ist das ist Cap, Bruder Ich lauf doch schon weg wie so ne Pussy, Bruder, und er schießt mir trotzdem noch in den Rücken Oh mein Gott, hier ist einer Der Digga ist lagged Slagged uns wanziger One shot Ja Oh Holy Nice Oh my god By the low one sich ja Ich war so hinter der cone Nachdem ich jetzt die sechste Runde gespielt hatte und gerade mal 45 Punkte hatte hatte ich jetzt noch eine Runde übrig um mindestens 25 Punkte zu machen um mich zu 100% mit 70 Punkten zu qualifizieren und mit diesem Gefühl bin ich die letzte Runde gestartet Okay, hier war jemand Oh mir ist jemand Der ist lost, der ist lost Den muss ich fighten, ich brauch den Punkt Jaja Ich play so safe Bruder, das kannst dir gar nicht vorstellen 114, 50 fight Oh Gott Digga, das war ihm wieder viel zu close Wohin hat einer diese OP-Pump, weißt du Hier stinkt einer an mich Meine Wall Er ist noch meine Wall Komm her, Junge Shack Voll zu easy Stress Let's go Shack Wow Hatt ne Goldene Pump Shack Da ist einer Egal, ich bleib auf hier Ich geh einfach an ihn Oh mein Gott Shack Let's go Nice Er ist lefte, er ist lefte, er ist lefte Let's go Pick, 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 pick Das ist pick Ich hab Catmats, ich hab Catmats Holy shit Du hast alles Der ist so sauer Der ist so sauer Der ist so sauer Er ist so sauer, das kannst du dir gar nicht vorstellen Er ist so sauer Al 일반 Er ist so sauer Detail Hinten Hinten Lass Lass Hinten Dei Hinten 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 Top 4 Du hast es Metz, Metz, pass auf Metz Ich ultil das Du hast, du bist qual Hab ich Jungs! Ich hab gesagt, die scaften rund Let's go 72 Punkte Boys Let's go Lauf langsam rein Let's go Jungs 72 Punkte Boys Who the fuck cares Boys Let's go Da ist er doch Jungs was wollt ihr von mir Hä? Was wollt ihr Jungs? Ich bin einfach der beste schlechteste Spieler in Batman Ok Boys, ihr habt es gesehen Wir sind qual'd Relativ easy haben wir sogar noch reingeschafft Jetzt geht es in mein allererstes Final rein Und die beste Runde aus meinem Final Seht ihr jetzt! Jungs Jungs Ich troll die ganze Zeit rum nur 54 Leute Bruder, die töten sich alle Hä? Da merkt man, dass keine Pros sich gecallt haben Das sind alles Casual Spiele Jungs, ich hätte nicht trollen dürfen Geil Ich gewinne aber die Runde Jungs Ich gewinne aber die Runde Jungs Ich bin in der Zone Haaa Digga Digga schreien nicht so Tschüss Tschüss Was will der Typ von mir? Junge Autogramm gibt es nach dem Kopf Digga Wurde ich muss ahead bleiben Oh, ich hab einen Ticker's hit Nein Ich pop soft, scheiß soft Ja, gern dir Das halte ich hier einfach komplett runter Das halte ich hier Ja, klar Es geht das Das halte ich hier Dann Ich bin Was ist das? Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ui, Bruder Ich hab Probschaft Bruder, bitte Lass das Lass es Du Arsch Schade, egal Jungs, GDs War trotzdem, es war eine coole Erfahrung Jungs, hat Spaß gemacht Wenn euch das Video gefallen hat Hier könnt ihr euch noch das nächste Video anschauen Von der letzten Kampagne, hier gibt es die letzten Community Games Ich bin draußen mit einem wunderschönen Tag, Jungs, tschü tschü